Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Heavens War, die der Hauptstory. Heute geht's in den Kampf gegen Nithok, um Estinion zu retten. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Abo und Like da, wäre echt super. Und jetzt genug geschwaffelt, los geht's, der letzte Schicksalsweg. Ah, scheint ganz schön an Gebiss, der Große. So, und da geht der Fight los. MIEK 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 Das Wichtigste, wie immer, wenn ihr Akku habt und der Tank seid, von der Gruppe wegrennt. Den Nithok kann, wie ihr seht, einen Flammenhauch, das ist eine Art Kona-AOE. Okay, solltet ihr im Endeffekt nur ihr kassieren und nicht die Gruppe. Des Weiteren kann Nithok unter euch schwarze Kreise erscheinen lassen, seht ihr jetzt direkt recht, da sind sie. Einfach rausrennen und dann unter Nithok, denn er macht die Seiten links und rechts an sich. So, das war's jetzt im Grunde eigentlich schon, dann beginnt Phase 2 bald. In Phase 2 erscheinen drei Ads, das mittlere Ad ist nicht tankbar, das linke und rechte nehmen je ein Tank. Ich nehme mir hier zum Beispiel gerade die Schlange, die Schlange von der Gruppe wegdrehen, denn die kann AOE attacken. Der mittlere, der nicht tankbar ist, kann mit der Klaue und mit dem Schwanz zuschlagen. Ist irrsinnig einfach rauszuweichen, einfach nur easy. Der linke kann im Grunde gar nichts, außer dass er sich selber bufft, also einfach draufhauen werde ich und das war's dann schon. Dann beginnt schon Phase 3. Nithok verwandelt sich nun in einen Dragoon. Gleiche Prinzip wie immer, Akku nehmen, von der Gruppe wegdrehen. Nithok verwandelt sich nun in einen Dragoon. Nithok kann einen Line-In-Angriff, also sprich, das ist so eine Bingo, so eine gerade Linie, darauf müsste er einfach nur rausrandern, dann würde er dir keinen Schaden kassieren. Des Weiteren macht Nithok auf euch solche Marker, solche Wolves, die müsst ihr ja den Rand ablegen. Da seht ihr das jetzt da gerade mit den Markern. Das Wichtigste ist, einer der Marker explodiert, mit dem solltet ihr so weit wie möglich logischerweise weg. Aber im Grunde recht einfach, sollte kein Problem sein. Wieder auf Nithok draufkatschen, Akku nehmen. Aufpassen, wie gesagt, er kann auch weiterhin Kona attacken, also sprich, nicht unbedingt mit Gruppe drehen. Jetzt werden die Marker nachher gleich zweimal kommen. Immer wieder kriegen es drei Leute. Gleich kriegen es jetzt nochmal drei Leute. So, und da gibt Nithok in die letzte Phase gleich. Jetzt müsst ihr an den Rand schauen, irgendwo erscheint Nithok. Und da haucht er und macht die Hälfte der Arena unsafe. Währenddessen kommen schwarze Wolves unter euch, wo ihr einfach nur auch rausranden müsst. So, Nithok klatscht herunter. Wieder, ganz wichtig, von der Gruppe wegdrehen. Wenn der Marker kommt, in der Gruppe stehen, alle sollten in der Gruppe stehen, denn er macht so ein Akku an. Das sind mehrere Schläge auf einmal. Wie ihr seht. Und je mehr Leute drinstehen, desto weniger Schaden macht. Die Kugeln, wenn sie explodieren, machen sozusagen den Plus. Einfach nicht in dieser Plus-Mechanik drinstehen. Also die Kugeln explodieren wie ein Bomberman. Schwarze Wolves kennt ihr jetzt irgendwann eh schon. Ihr müsst jetzt aufpassen, wenn es jetzt so weitergehen würde, müsst ihr in die Mitte. Dann steht ihr safe. Und dann müsst ihr gleich nach außen, denn dann macht er die Mitte unsafe. Aber wie ihr seht, der ist so schnell tot. Also kein Problem. So, das war's. Mit dem Fight von Nithok. S.T. Nian! S.T. Nian! Das kann nicht sein. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ich bin ein hoher Drakel. Der wildeste und dunkelste. Ich bin Nithok. Stirb, Elende! Nein, Dracke! Nein, Dracke! Nein, Dracke! Du hast keine Macht über mich! Freunde, ich bitte euch. Solange ich Nithok widerstehe, gebt mir den Gnadenstoß! Das hat keinen Zweck! Erfüllt meinen letzten Wunsch! Tötet den Dracke! Niemals! Wir geben dich nicht auf! Ja! Wir geben dich nicht auf! Niemals! Das hat sich! Nein, ich bin die Schöne! Wir geben dich nicht auf! Ich bin die Schöne! Wir geben dich nicht auf! Ich bin die Schöne! Der schöne! Ich bin die Schöne! In diese Schöne! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Versenkt die Augen im Wolkenmeer! 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 Nidorks Schatten ist hinweggenommen und seine Drachenschar hat sich zurückgezogen. Danke, mächtiger Reeswäger. Ohne deine Hilfe hätten wir Nidork nicht besiegt. Mein Versprechen ist somit erfüllt. Du hast die Kraft meines Auresgeschicht genutzt und Nidorks Schatten besiegt. Wirklich beeindruckend. Ich hoffe, euer Freund wird sich bald erholen. Lebt wohl, Kultzlebige. Der Kampf ist vorüber. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Estinien überlebt. Weiter geht's. Na, Alfinor? Endlich ist Nidorks Schatten gewandt. Hoffentlich ist Estinien stark genug. Er muss einfach überleben. Auge in Auge mit Nidork erledigt. Ja, der lebt schon. Estinien's Wohlbefinden Historia, du hast tatsächlich das Unvorstellbare geschafft. Du hast Nidork besiegt. Und du bist nicht nur siegreich, sondern auch lebendig aus dem Kampf hervorgegangen. Ich könnte kaum erleichter sein. Ohne dich wäre Estinien verloren gewesen. Allein hätte ich ihm niemals Nidorks Augen entreißen können. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen, ob Estinien die Loslösung von Nidorks Geist überleben wird. Kommst du mit zu Lucia in die Konkurration der Tempelritter? Ich will mich bei ihr nach Estinien's Zustand erkundigen. Klar, Alfinor, ich komm natürlich mit. Ah, sind wir doch nicht so. So. Servus. Lucia, ups, da ist sie ja schon. Historia, Alfinor, ihr habt Ischgard vor dem Untergang bewahrt. Und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Jetzt und immer da. Mein Beitrag zur Rettung war geradezu bescheiden. Der Ruhm gebührt hauptsächlich Historia für ihren Sieg über Nidork. Und Estinien für seinen eisernen Willen. Wir sind gekommen, um uns nach Estinien's Zustand zu erkundigen. Wie geht es ihm? Nun ja, er wurde in unser Lazarett gebracht, wo sich Abel, der oberste Hospitalidea, persönlich um ihn kümmert. Er lebt, ist aber noch bewusstlos. Abel vermutet, dass Estinien unter den Nachwirkungen der Gedankenkontrolle durch Nidork leidet. Es gibt Hoffnung. Aber die Genesung braucht Zeit. Bitte geduldet euch, wenn ihr mögt. Könnt ihr im Anwesen der Fronton warten. A-Aber... Nur keine Sorge. Großmeister Emmerich weicht nicht von Estinien's Seite. Ich werde euch Bescheid sagen, sobald Estinien erwacht. Graf Fronton macht sich bestimmt ebenfalls Sorgen. Und wird sich freuen, euch zu sehen. Nun gut. Komm Historia, bitte begleite mich zu Graf Fronton. Alter, bin ich dein Haustier? Kannst du mal was selber? Fürchterlich. Alfino ist fürchterlich. Irgendwann kriege ich so ein Hundehalsband und eine Kette. Und dann sagt er vielleicht noch Machwufwuf. Anwesen der Fronton. Willkommen zurück. Birgit hat dir Einlass in das Anwesen. Jep. Die Retter Ischgards. Sagt, wie ist es euch ergangen? Es stand auf Messers Schneide. Die Kriegerin des Lichts hat Nithok bezwungen. Doch es war die Erinnerung an unsere gefallenen Freunde, die uns am Ende die Kraft gab, Estinien zu befreien. Auch ich habe hier unter Einsatz meines Lebens gekämpft. Aber ohne die Kriegerin des Lichts wäre die Stadt zweifellos gefallen. Ein beschämendes Zeugnis für einen Ritter Ischgards. Nimm es nicht so schwer. Nicht jeder von uns ist dazu auserkoren, ein Held zu sein. Wir sollten froh sein, dass die Kriegerin des Lichts zur Stelle war, um Ischgard zu retten. Übrigens könntet ihr mich für meinen Einsatz auch ruhig loben. Immerhin habe ich als Kommandant der Drachenballisten im dritten Bezirk zahlreiche Drachen vom Himmel geholt. Herr Emanela, mit Verlaub, ich bin mir nicht ganz sicher, ob eure Befehle überhaupt gehört wurden. Ich glaube fast, die Abschüsse sind hauptsächlich unseren meisterhaften Schützen zu verdanken. Ja, Emanelans Verdienste können wir später noch ausführlich diskutieren. Auf jeden Fall danke ich euch allen für euren Einsatz. Ich habe Gästezimmer vorbereiten lassen, denen ihr euch ausruhen könnt. Hab Dank, Graf Fortin. Ich weiß eure Gastfreundschaft sehr zu schätzen, aber zuerst möchte ich der Kongregation der Tempelritter noch einen Besuch abstatten. Bitte entschuldigt mich. Mehr noch als sein eigenes Wohl liegt ihm das seiner Freunde am Herzen. Alfino ist noch jung, doch er zeigt wahre Größe. Du wirkst ebenfalls besorgt. Nur zu, lass dich nicht aufhalten. Sieh ruhig nach dem Azurdrachenreiter. Danke, da bin ich mal weg. Tschü! Hallo Historia, suchst du Alphino? Er wacht über Estinien, damit ich mir die Beine vertreten kann. Ich wollte, dass sich Alphino erst selbst ausruht, aber er ließ sich nicht davon abbringen. Der Gute hat einiges durchgestanden und muss ziemlich erschöpft sein. Aber er hat nichts anderes als Estinien's Genesung im Sinn. Denn Estinien kann von Glück reden, euch als Freunde zu haben. Estinien's Wohlbefinden erledigt. So, das Ende eines langen Wiegers. Du meinst vielleicht, dass mir die Freundschaft mit Estinien nicht viel bedeutete, weil ich seinen Tod in Kauf genommen hatte. Aber so ist es nicht. Ich muss unablässig an ihn denken. Estinien und ich waren vor zehn Jahren in derselben Tempelritter-Einheit. Er fiel mir gleich am Anfang auf. Tag und Nacht schien er mit den Speer zu üben, verbissen und einsilbig. Er war ein wahrer Einzelgänger, der kein Interesse für seine Kameraden aufbringen konnte. Eines Tages wurden wir bei einem Einsatz von einem riesigen Drachen angegriffen. Nur wir beide überlebten. Aber statt in Eschgard seine Wunden zu pflegen, verfolgte es den Estinien den Drachen. Wäre ich nicht auch zur Stelle gewesen, als er ihn fand, wer weiß, ob er überlebt hätte. Jedenfalls legte diese Begebenheit den Grundstein zu unserer Freundschaft. Es dienen verzehrte sich damals vor Rachedurst. Er war eine Weise, seit seine Heimatdorf von Nidhogg zerstört worden war. Von da an wollte er für den Tod seiner Eltern und seines Bruders Vergeltung üben. Vielleicht habt ihr ihm das Gefühl gegeben, wieder eine Art Familie zu haben. Und auch wenn er es nicht zeigte, in Alfino setzte er hohe Erwartungen. Ich glaube, er wusste Alfinos Entschlossenheit, ebenso zu schätzen wie Alfino die Unverblümtheit Estinienens. Sie hielten sich gegenseitig auf Kurs. Großmeister Emmerich, der Azur Drachenreiter, bitte, kommt schnell! Bei Alone! Schnell, Historia, wir müssen zu ihm! Große Ereignisse bahnen sichern. Bitte stell sicher, dass du genug Zeit hast, dir den folgenden Szenen anzusehen. Das Krankenzimmer betreten? Ja! Estinien! 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 Hör du schon auf mit dem Geflänne. Es, es, es tut mir leid. Ich, ich kann einfach nicht. Ich bin nur so erleichtert. Sei nicht so grob, Estinien. Wenn Alphino und unsere Heldin dich nicht zurückgeholt hätten, würdest du diesen Moment nicht erleben. Ich weiß, ich weiß. Ich schätze, ich stehe in deiner Schuld, Alphino. Und in deiner auch, Kameradin. Gut zu wissen, dass ein zweiter Azur-Drackenreiter zur Stelle ist, falls der erste gerade von seinem Erzwein besessen ist. Estinien, bitte vergib mir. Ich war bereit, dich zu opfern. Dich, mein Freund und Vertrauten. Ich weiß nicht. Ich habe nur etwas feuchter Augen. Auch als Nithok meinen Körper in Besitz genommen hatte, war noch ein Funken meines eigenen Bewusstseins in mir. Alles, was ich denken konnte, war, dass ich ihn aufhalten muss. Aber ich habe auch gespürt, wie tiefschwarz seine Seele war. Den Schmerz über den Mord an seiner Schwester und den unstillbaren Durst nach Rache. Eigentlich fühlte er genau wie ich. So wie ich seit dem Tag fühlte, als er mir meine Familie erraubte. Aber im Unterschied zu ihm hatte ich Gefährten. Auch wenn ich sie ständig vor den Kopf stieß. Leute, die mich stützten und leiteten und mir auch widersprachen, wenn es sein musste. Nithok hatte niemanden, der ihn hätte aufhalten können. Eine einsame Existenz. Nun ist sein Schatten zerstreut und der Mord an meiner Familie vergolten. Aber ich fühle keine Freude. Mein Herz bleibt schwer. Damit ist die Drachenjagd jedenfalls zu Ende. Mein Freund, ich lege mein Amt als Azurdrachenreiter nieder. Estinien. Ich denke, ihr habt ihn für heute genug strapaziert. Er wird sich bald erholt haben. Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Ruhe dich aus, mein Freund. Wir sind beide am Ende eines langen Weges angelangt. Es war nicht lange nach dem Sieg über Nithok, als Großmeister Emmerich, als Oberhaupt Ischgards, den sorgfältig erwogenen Schritt tätigte. Über ein Jahrtausend lang waren die Geschicke der heiligen Stadt von ihren Päpsten gelenkt worden. Doch dies sollte nun ein Ende haben. Emmerich trennte den Staat von der Religion und verkündete feierlich, dass Ischgard fortan von Vertretern aller Bürger regiert werden sollte. Von würdigen Vertretern des Adels und Vertretern des Volkes. Eine umfangreiche Reform, die er freilich mit großem Bedacht durchführte, sodass sie allerseits gute Aufnahme fand. Er selbst legte sein Amt als Übergangsregent nieder. Doch schon am selben Tag schlug man ihn als ersten Vorsitzenden des gerade geschaffenen Oberhauses vor. Da sich ausgerechnet das Haus Dürendär für ihn, Großmeister Emmerich, aus dem Hause Borell stark machte, willigte er schließlich ein. Nun endlich hatte der Wind der Veränderung Ischgard wirklich erfasst. Bei der Inauguration Emmerichs machten illustre Gäste ihre Aufwartung. Es war ein würdiger Anfang für das erneuerte Ischgard. Da waren sich die Bürger einig. Die Wellen des Krieges Endlich konnte der lang ersehnte Frieden Einzug halten. Aus dem Memorien von Graf Edmond Fortan Letztes Kapitel Letztes Kapitel Letztes Kapitel Letztes Kapitel So, und das war's im Grunde mit der Hauptstory von Heavensward. Wir gehen jetzt sozusagen in den zweiten Teil rein. Ich hoffe, ihr hattet heute Bock drauf. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.